Geh hinein damit in die Bühne. Morgen kommen die Bauern und wollen ihr Mäderpuhl zum Brot machen. Puppen begeistern Senioren. Für die Bewohner des Wildenauer Pflegeheims am Dreiseithof stand gestern eine Märchenstunde auf dem Plan. Die Fäden von Rumpelstierchen und Co. hatten Anna Maria und Eberhard Sperlich aus dem baden-württembergischen Gerabron in der Hand. Das Paar, das den Beruf bereits in der dritten Generation ausübt und derzeit durch Süddeutschland und Österreich tourt, spielt mit seinen alten Puppen hauptsächlich für Kinder. Wir treten meist in Schulen Kindergärten auf, vormittags während der Unterrichtszeit, weil wir das als pädagogisches Programm für die Schulen zeigen, weil wir anschließend den Kindern auch die Marionetten mal zeigen. Als Lehrplan, die Kinder dürfen auch die Figuren mal in die Hand nehmen und selbst mal führen lassen. Schnurre, Schnurre, Schnurre. Dass man aber für Marionettentheater nie zu alt ist, zeigen diese Bilder. Gespannt hörten die Bewohner zu und waren von der Bewegung der Puppen begeistert. Die gestrige Vorstellung feierte in dem Pflegeheim Premiere. Einer zweiten Auflage ist man seitens der Heimleitung nicht abgeneigt. Also lassen vielleicht die Sperlichs demnächst hier wieder die Puppen tanzen.